Guten Morgen, Frau Oberbürgermeisterin. Ach, jetzt wäre ich fast in meinem Büro eingeschlafen. Was? Während der Arbeitszeit? Na, das kann man doch nicht machen. Ja, freilich geht es. Ja, gestern hat es ja wieder länger gedauert nach unserem Ausflug, bis ich daheim war und ins Bett gekommen bin. Aha, jetzt weiß ich auch warum. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Michel, da setzt du dich. Ich bin meine Bürgermeisterin. Oh, du hast für mich gesammelt? Ja, ja, für den Abschiedschenk. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Ja, und sie muss sich auch noch abkassieren. Ja, ich spende doch nicht für mein eigenes Abschiedschenk. Ich bin doch nicht blöd. Ja, ich bin doch nicht für mein eigenes Abschiedschenk. Ich bin doch nicht für mein eigenes Abschiedschenk. Musik 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 Musik